Willkommen zurück zu Let's Play. Tales of Grace is Death im letzten Part. Ja, haben wir erfahren, was ich über den Pascal mag. Hust fuß. Und ja, haben einen schönen Bosskampf gehabt, den ich nicht so wirklich mag, aber yay. Wir haben 100 Titel-Trophäe freigeschaltet, wahrscheinlich von Pascal, weil ich nicht denke, dass Richard... ...jetzt schon 100 hat. Also von da her. Was gibt hier? Richard? Oh nee, wer war das, der gesagt hat, das Teil lebt? Pascal. Why are you pawing? That humanoid? I want to access any information it recorded while it was still functioning. Your little queen sample is most appreciated. Are you sure this will allow us to finally defeat Lambda? Yes, it will be the final piece in Protos Hase's creation. Please don't be hasty with your investigations, Everod. We don't even know what the little queen is. We don't even know what the little queen is. We mustn't jump to conclusions. Well then, perhaps you would rather sit back and wait for Landa's monsters to destroy us all. Don't be ridiculous. Yeah, who wants that? Why do you think I decided to summon you in the first place? A very wise decision it was on your behalf. No one must know about the little queen's situation. Don't worry, I understand. Believe me, I promise you, the last thing I want to do is start frightening everyone. Frodra, tell me, what is it that you want? Frodra, tell me, what is it that you want? What was all that? Looks like it took place before Sophie was born. So the little queen was actually that girl inside of the core? That appears to be the case. But the question is, who is she? Exactly. And why does she remind me so much of Sophie? I don't know her. What is going on? I don't understand it. Emerod said the data from the little queen would complete Protos Hays. Protos Hays. That was my, my old name. I think we better move this discussion outside. Wait, wait! I want to grab the data from that other humanoid! Pascal, hurry! I don't know, now what? Look at that. Is that her? Who are you? Wait, please stop. We don't want to fight you. We don't want to fight you. How did you... How did you... Child of Odra. Huh? She can speak. Come to me. Watch out, Sophie. Watch out! Hey, I can follow her. Oh my God. Let's go! Almost there! And done! Sophie! Come on! Let's get out of here! Speicherdaten Autsch Willskarte Eigentlich ist ja die Naturkunde, meine Leidenschein Meine Leidenschein What the fuck is this shit hier? Wir werden jetzt verfolgt Okay Dann Woher kommen diese Dinger Und warum verfolgen sie uns? Von ihr? Das ist jetzt aber wiederum die Sache Gibt denn die nächste Szene noch einen Sinn Wenn wir zur Wiese gehen? Weil wir wissen ja, die ist hier Äh Ich glaube, finde ich gerade irgendwie im Kreis Keine Ahnung, geht's hier raus? Ja Ist gut Ach du Heilig Wie komme ich jetzt hier genau vorbei? Wie komme ich jetzt hier genau vorbei? Danke Alter Alter, ist das nervig Ich will nicht wissen, wie viele ich schon verloren habe Okay Neeein Alter Wie der da an und rauskommt Mit einer AP gehe ich doch sicherlich nicht rein Alter Ich täusche mir Ah, schön, dass ich doch rechtzeitig reagiert habe Holy moly Also das Wollte ich mir jetzt nicht antun Yay, jetzt kriege ich mir einen geschütten Nice Etwas spät Etwas spät So Ach, da sind auch noch Artyons Die habe ich ja überhaupt nicht gesehen Lass uns die mal zuerst vernichten Oh Gott Diese Laser sind echt nervig Ich habe gerade keinen Plan, wie ich es am besten dodgen soll Arcanes Zahnrad Cool Hat irgendwer gerade Ich habe das Gefühl, da kommen noch drei Kämpfe Alter, das werden ja immer mehr Können wir damit aufhören, so Ein bisschen Alter Ich habe das Gefühl, da kommt gleich noch ein Kampf Mehr als nur drei Danke Meine Güte Sind wir hier nicht bald draußen? Ich bin voll Ich bin dringend Sofie, hurry Officie Ich bin dringend Ich bin nervös Ich bin nervös Ich bin nervös Ich binậy Ich bin sicher Ich bin vernünftigt Ich bin nervös Ich bin header Asbel, hurry! Thanks, Richard. You're lucky you aren't dead. I agree. That was extremely foolish, my brother. Regardless, he's safe. But who was that girl? I don't know, but she feels somehow... familiar. Sophie? What is it? Hurry, Pascal! We're not safe yet. We're not? Yeah! Bye! 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 Es sind hier auch die Wurzeln. Es erinnert mich an die Meadow in Lot. Es ist lustig, diese Blumen, ich weiß nicht, es ist wie ich mir auf ein Bildung oder etwas. Ich weiß, was du bedeutet. Wir befinden uns mit Natur, aber es fühlt sich sehr... unnatürlich. Wie geht der Shuttle? Wir können bald wiederholen? Ja, um, nein, Sai arbeitet auf es, aber es wird dauern. Hey, Sophie, versuchen nicht zu wandern. Sie ist auf mich. Sie will, mich hierher zu kommen. Sie hören noch keine Wiese? Ich glaube nicht, dass sie es erwartet hat. Wir haben ein bisschen Zeit. Schauen wir uns, während Sai auf dem Shuttle arbeitet. Na, was hast du zu sagen? Der Shuttle scheint noch nicht bereit... Oh, danke! Erstmal die ganzen Items aufwüllen. 100%. Scheint derselbe Laden zu sein. Den Mixer kann man auch mal wieder vollladen. Dualisieren haben wir, glaube ich, nichts mehr. Ah, doch. Die zwei Sachen hier. Dann hoffe ich, dass wir auch was Schönes zum Geben haben. Scheint aber nicht so. Nehmen wir das hier. Ja, lieblich. Würde ich gerne nehmen, aber darf ich nicht. Spricht gegen meine... Du darfst nicht die letzte Sache von irgendetwas nehmen. Regel. Obwohl das in diesem Spiel relativ egal ist, aber trotzdem. Überschreiten 3 macht Überschreiten 4. Ja, okay. Alles magisch. Und das war's schon. Ja, gut. Ja, dann machen wir mal Überschreiten 3, äh, 4 draus. Zwar weniger Verteilung finde ich nicht so korrekt, aber lässt sich da nicht ändern. Gasthaus nehme ich auch mal. Obwohl ich nicht weiß, ob wir nicht gerade schon wieder vollgeheilt waren. Aber sicher ist sicher. Dann nochmal Titel nachgucken und einmal speichern. Yes, Sophie. Bald am Ende angekommen. Ich hab so das Gefühl, sie wird bald den hier oder irgendeiner von diesen 3 in Titel freischalten. Waffenlose Kampfe. Waffenlose Kampfe. Waffenlose Kampfe. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Heiltechnik noch mehr. Okay. Gibt's noch was höheres als Kombo Meister? Scheint so. Werden wir dann aber noch sehen. Gut. Erbärmliches Ende. Ja. Haben Sie vergessen, dass Emmerod erwartete, dass Sophie sich um sich zu verabschiedern, um zu zerstören Lamda zu verabschiedern? Und dass sie die Hauptsache der Schmerz des Lammda war? Wie kannst du sie fühlen? Ich bin. Ich sympathiere mit ihr, dass sie zu verabschiedern zu machen. Vielleicht können wir ihre Erinnerung von sehen, dass diese Welt durch einen schönen Zukunft ist. So sehr, Asbel. Ja, aber das ist das, was ich liebe. Boah. Ja, Charia red doch ruhig weiter. Ja, es war ja auch die Rede in diesem kleinen Filmchen aus den Erinnerungen. Hat der Typ ja, also der Professor noch am Ende gesagt, was willst du, Fodra? Und zwar zur kleinen Königin. Ist die kleine Königin der Kern von Fodra, oder wie darf man das jetzt genau verstehen? Wie auch immer. Eigentlich ist der Part schon vorbei. Im Sinne von, es wird viel zu lange was passieren, wenn wir hier wahrscheinlich durchgehen. Aber gucken wir mal, ob wir hier uns durchkämpfen müssen, oder ob Instant eine Szene kommt. Sieht nach Instant Szene aus. Ich habe noch nie gesehen, wie viel zu sehen. Ich habe noch nie gesehen, wie viel zu sehen. Ich habe noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, wie viel zu sehen. Was ist hier passiert? Ich habe noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, wenn ich nicht fühle. Wir sehen uns die Jugge. Komm mit uns, Kind von Vodra. 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 Wow, das ist nice, dass die Tiere von uns wegrennen. Das ist nice. Okay. Ja, wird's auf wir uns verlassen? Wird sie gemeinsam mit denen nicht mehr einsam sein? Das ist eine gute Frage, die wir dann im nächsten Part beantwortet bekommen, hoffentlich. Ich sag bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir dort wieder mal zu ihr und mal gucken, ob wir wirklich nur reden. Bis dahin. Viel Spaß und Tschüss.